Alles klar, ich weiß jetzt wie. Schon wieder ein Fakie, der da rechts. Ich denke, ich kriege das nicht mit, oder was? Muhaha. Anhalter, kann ich da überhaupt irgendwie so springen? Ja. Super. 8-Bett, super 8-Bett, super 8-Bett. Wuhuuu. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Ich habe schon wieder die Zeit vergessen, wann ich angefangen habe. Egal. Werde ich doch wohl schaffen hier, den Scheiß. So. So. Zum Glück kann ich auch von der Leiter ausschießen. Aber er ist weg. Wie komme ich denn da rechts hoch? Ach so. Äh, ja. Ich wähle rechts. Also, äh, naja, natürlich jetzt nur die rechte Leiter, ne? Nicht, dass ihr jetzt irgendwas Falsches über mich denkt. Auf keinen Fall. Bisschen pädagogischen Anspruch will ich hier auch noch bitte drin behalten auf meinem Channel. Oh, f***. Oh, f***. Okay. Und hoch. Und jetzt führt's wieder zusammen. Und ich glaube, ich kriege da eine neue Waffe. What? Was? Hallo. Ich will das Ding da haben. Ist das nicht eine Waffe von mir oder so? Komm, komm, komm. Oh. Hm. Wie soll ich das machen? Äh, ja. Sieht einfacher aus als da. Ups. Und hoch. Hab ich. Okay, ich hab noch zwei Leben. Was? G.I.C.F. Hä? Haha. Okay. I like man. Wuhu hochgekraxelt. Ah, f***. Kann ich ja jetzt hier warten, dass er runterfällt. Muhahaha. Auf Höhe von den Elektro-Dingern. Wenn er Elektro-Dingerns macht, dann bin ich irgendwie. Irgendwie muss ich doch da die Teile weghauen können, sonst. Wer ist doch hier jetzt hier nicht. Ups. Wenn jemand eine Idee hat, bitte Kommentare schreiben. Oh, denke ich eben nochmal den ganzen Weg runter. Und, äh. Ja, der sein könnte, dass einer von denen da sein soll. Achso. Hey. So. Mein, falsche Taste. Hey, falsche Taste! Äh. Hoch. Mann. So, jetzt halt, komm, los hier. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso stoppe ich den eigentlich immer so in der Mitte? Steht auf der Talblad. So. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, nein, 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 nein. Dann geh ich da aber jetzt mal hoch. Ah. Ich hab versucht, da rechts raufzukommen, aber er geht nicht, weil er sich da nur fallen lässt, anstatt wartet. so da bin ich wieder ja meine mutter kam gerade und kam dann auch rein und ich habe irgendwie irgendwie hat die pause funktion nicht genützt mit f9 hier war ich da vorhin schon toll was davon energie lag er will mich verwehren schafft er nicht weil ich hier war ich noch nicht so und hoch nein nein habe ich nicht irgendwo noch gespeichert doch da schade auch geht wohl nicht muhaha so dasselbe nur mit hoch oder was ja fast und hoch und hier ist er alec man ich will noch mal testen die boss gegner level sind alle fast gleich aufgebaut irgendwie ist mal so aufgefallen okay 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 mal sehen mal sehen wiki musik mal sehen was da los ist so und hoch zack und hoch und so und laden normalerweise würde mir musik wenn die so oft wiederholt wird langsam auf den arsch gehen aber und so 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 Vielen Dank.